ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu gta 4 und warum laufen wir eigentlich mit der knarre offen durch die gegend ich meine das ganz normale in amerika aber alter kommt zu meiner bude in buhabu bleib alpha bleib alpha ok alles klar du bist der bastard und ich knall nicht ab moment stimmt das sollte ich vielleicht gleich mal machen wird ein sehr guter tipp gegeben und zwar automatisch ist zielen einfach aus stimmt einfach mich da selber nicht früher drauf gekommen weil ich dumm bin egal schon viel besser die bohlen sind die dons das war nicht schlau was ist das hier wer ist das da egal wir müssen jetzt erstmal abhauen kannst kurz aber wir warten was für eine mission ist das d a d a d a d a oder dr was steht da ich weiß nicht ich weiß sowieso gerade nicht wer der er ist ich komme da gerade nicht drauf ich weiß nicht wie war das noch mal ich habe es verbreit' ich weiß nicht ich weiß nicht jetzt sind wir ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht 32, 33, 35! There's someone here to see you! I'm working out! 36, 36... Hey, Brucie. Nico! One second. All right. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah! Man, I'm ready for you, nigga. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah! Wah! 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 Oh! Are you all right? You seem a little tense. Yeah. Sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really... mal. Be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey. Do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Nah. I'm shitting, man. Now, look. You did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now, listen. That guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay. I'll just go take care of it then. Yeah! Bye! 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 No, no. The stormy sky is the stormy sky. No, he's very close. He's a big hole, I mean, where nothing is behind. No, no. Some of them are abnormal. A lot of warm water. Why are you so empty? No, no. No, no. How are you so empty? Okay, miese High-Speed-Verfolgung Toll, jetzt muss ich abbremsen, ich wollte hier einen miesen Jump machen Und warum soll ich da nicht gleich reinfahren? So? So? No risks, Prusy? Maybe this juicing is fucking with your head He's trying to take Lau's ride That ain't your call So? 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 She's the time... While we get quiet, first of all Boah, hauht bloß ab, ja. Oh oh. Helikopter. Nooo. Lauf doch. Schnell, Nico. Was für Brucey denn schon wieder? Ein eiskalter Motherfucker wie du könnte gut als Kohle... Was? Könnte gut Kohle als Ordnungshüter verdienen, alter. Die Cops vergeben ihre Arbeit. Jetzt an Subunternehmen weiter, sieh nach. Bis nächstes Mal. Bla, wo du in einem Polizeicorputer hackst. Okay, alles klar. Egal, ich muss mich jetzt konzentrieren hier abzuhauen. Ich glaube, das wird allerdings nix in dieser Carre. Wenn ich nicht einfach in die Mission reinfahren, dann wäre ich ja gesaved. Tatsächlich, super. Ah, er war ne, das stimmt, das stimmt. Der Assistent. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovik's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Michael, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I have learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Bellic. But we cannot change the rules. See you later. Well, let's go for it now. Let's go for it now. Yes, yes, come Bullen. Come on, dude. So, na gut, Faustin ist sowieso kein guter Mensch, hat genug Dreck am Steigen, genug unschuldige Leute abgeknallt und so weiter, also ist jetzt nicht so schlimm, außerdem alles drum und dran gesehen ist ja nur ein Just a Game, man, und wenn wir so Nikos Haut retten, dann sowieso, dann bringen wir den einfach zur Strecke. Ey, wo tauchen die denn auf? Nico, es dürfen keine Fehler passieren, Mikael ist ein gefährlicher Mann, ich hab dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen, dein Freund Dimitri, ach sind wir jetzt schon Kumpels, was ist das für eine hessische Fresse da, Alter, links am Plakat, schusssichere Westen, ja. You're always welcome. Nico. Nico Bellic. Dmitri. 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 Nein, jemand, nicht Dimitri, nicht jemand, sagt mir, dass ich zu kommen. Du denkst, Dimitri hätte ich in der Präsenz ohne mich survived? Er wäre nur eine Präsenz-Präseine, hätte ich nicht da gewesen sein können. Ich bin nicht da, um einen Gin-Monken zu treffen. Ich bin nicht da, noch ein paar sind noch loyal zu mir. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ach so, läuft das! Wo ist der andere Typ? Hammerhart, Alter, hammerhart. Das ging ganz schnell. Ich wollte mich ja erst ehrenhaft mit dem Boxen, so weißt du. Aber wenn er nicht wird... Ja, klar, Alter. Ich hasse das, ich hasse das, irgendeine Mission zu vergangen bei diesem Spiel. Ich hasse das, weil du dann wirklich nochmal alles hinten, nochmal hinfahren musst, nochmal dir alles anhörigen musst, auch wenn du das überspringen kannst, klar. Aber allein die Fahrt bis zur Mission an sich hätte man gerne rauslassen können. Aber ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben damals. Also das ist... Das sind so Kleinigkeiten, die nerven. Tierisch nerven. Das Spiel war damals bei weitem nicht... Wasser ist bei weitem das jetzt übertrieben, aber es war nicht perfekt. Wie manche dann immer so bautet haben. Erweckt ist es nicht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die einfach gestört hat. Und immer noch stört. Und auch allgemein die... Wie gesagt, die Steuerung. Die Steuerung ist wirklich nicht so... Wenn ich dann mit der Pumpkin renne runter... Na gut, es ist so. Nicht stort! Sie müssen mit meinen Fähigkeiten reißen! Du bist zu viele Menschen, Herr Faustin! Hör mich! 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 Stört euch alle! Hör mich! Hör mich! Du bleibst schön liegen, Kollege! Wie kannst du das noch überleben, Alter? WHAT?! Wer ballert denn da auf mich? Von wo, Alter?! Bleib liegen, Alter! Bleib liegen! Kränze wohl nicht seine. Schön noch das Gesicht kaputt drehen. Ja, das ist mein Trophäe. Ja, das war's dann wohl mit dir, oder? Das bedeutet, Frieden mit Petrovic. Das war wahrscheinlich, glaube ich, nicht mal so eine schwere, wie sagt man, Hürde zu nehmen. Also an Nikos Stelle wahrscheinlich nicht so schwere Entscheidungen zu treffen. Ich töte ihn, bleibe selber am Leben. Also das ist wahrscheinlich nicht schwer gefallen für ihn. Gut, das war's, wie gesagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie immer bei euch. Wenn es euch gefällt und immer noch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Kommentar da lassen würdet und eine Bewertung. Und ja, wäre super auf jeden Fall. Danke dafür schon mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Oh mein Gott, ist so gruselig mit dem ganzen Gewitter. Schnell weg hier. Schnell!